Ja, da macht man sich auf in der Früh in Richtung München und das bei vereisten Scheiben, die jetzt erst mal noch abtauen müssen. Dann gucken wir mal, was so als nächstes kommt. Emskirchen. Wie dem auch sei, fangen wir heute mal vorne an. Ich habe ein bisschen mehr Fleisch dran gelassen, bevor es gleich losgeht, weil ich noch eine kurze Story dazu erzählen wollte. Ich habe das jetzt absichtlich mal nicht mit reingeschnitten, aber es gab vorher einen etwas kräftigeren Jungen, der mit einem Trittroller hier auch wieder gestanden war und Fotos gemacht hat. Warum erwähne ich das, wenn ich es euch nicht zeige? Es liegt einfach nur daran, weil ich dazu gleich mal sagen möchte, dass ich nicht jeden einzelnen Fall, der hier bei mir vor der Haustür passiert, auf ein Video bzw. auf ein Überwachungsvideo, was ich hier auf YouTube veröffentliche, bannen werde. Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ja, also... Bis zum nächsten Mal.